7 uhr und es ist noch verhältnismäßig dunkel die sonne lässt sich noch nicht blicken bisher hat mein frühstück fertig war wohl etwas überrascht gestern als ich gesagt habe sieben uhr was hat zwei gründe zum einen ist jetzt noch eingenehm frisch ich schätze mal so 17 18 grad also t-shirt schon fast zu frisch zum anderen ist mein ziel heute eine gegend wo es sehr sehr heiß wird das heißt da möchte ich so früh wie möglich hin so und ein kurzer gruß aus den bárdenas reales negra die schwarzen das sind die im südlichen navarra da bin jetzt etwa zehn minuten unterwegs eine stunde habe ich gebraucht bisher etwas über 60 kilometer habe ordentlich brummen lassen gardia civil war schon unterwegs gott sei dank habe ich die rechtzeitig die erste 56 kilometer auf dieser in anführungsstrichen der schotter piste und rechts ist der bodenwagen geeignet die autobahn ist sonst gar nicht die 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018